André Agassi und Steffi Graf sind seit über 20 Jahren verheiratet und teilen nicht nur die Liebe zum Tennissport miteinander. In einem Interview zu The Netflix Slam verriet Agassi nun über sich und seine Ehefrau, wir kochen gerne zusammen. Wir lieben es zusammen zu wandern. Wir lieben es sogar zusammen einzukaufen. Es ist einfach das wahre Leben. Und wir sind gesegnet, so Agassi, der seit 2001 mit Steffi Graf verheiratet ist. Die beiden ehemaligen Tennissstars haben zwei gemeinsame Kinder, die 2001 und 2003 zur Welt kamen. Über das Geheimnis einer glücklichen Ehe sagte Agassi demnach weiter. Er denke man müsse entschlossen sein, das Beste dafür aus sich herauszuholen. Es muss ein Gleichgewicht sein von dem, was jemand von dir braucht, was du zu geben hast, und nicht zu versuchen das zu geben, was du nicht hast. Und er fügte hinzu, es gibt Respekt, es gibt Disziplin, es gibt Engagement. Und dann braucht man zwei, die das umsetzen. Und alles andere wird sich einpendeln. Und daran arbeiten wir jeden Tag und ich werde nie damit aufhören.